hallo ja willkommen youtube ich habe dieses buch wieder gefunden peter ludolf kocht das ludolfs kochbuch ich habe mich daher gefragt wir können die leute die lampe zauber und ich habe mir egal noch gestoßen wir könnten ein theoretisch mal aus dem juli das kochboot was ich gerade so durchblätteren könnten wir doch eigentlich mal was nachkochen mehr oder weniger also könnte mal wir haben hier sehr viele verschiedene rezepte von pommes mit ungefähr einer millionen nudelgeschichten die wir nachkochen könnten alles wird hier drin wenn er da bock drauf hat könnten wir das warnt hier und jetzt mal machen wenn ich dann mal die zeit finde und ansonsten ja von kommentar unter welchen bock drauf habt und ansonsten habe ich den vorteil muss das nicht tun aber man könnte in diesem sinne geht da ein lichthaus gehören